... der Strecke und... Das hat der Alzen ja relativ deutlich gesehen, ein Safety Car, gleich zugegeben, das ist relativ wichtig. Das ist doch mitentscheidend und geprägt von der Mauer. Das ist auch sehr wichtige Lösung. Und wenn der GSM-TBS-Verwaffung entsprechend funktioniert, dann auch machen wir das. Ja, aber auch zugleich sicher ist für alle, die helfen. Wir sehen mal.